Wieder Feuer nach oben! Da gibst du mal eine Hitze, verpissst er sich! Hausmann! Mensch, mal ja, der eine Leidung! Fahne! Fahne! Fahne, ich gerade nicht, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Jawohl, die Sniper ist weg, rechts. Gibt's noch mal in der Mitte, wir haben gefragt. Auch weg. Die Sniper sind schon weg, klatsch. Das hab ich schon mal abgefuckt von der Suche wieder. Die Gegner ganz genau, und das Ding dann kommt bei 5m und dann ist es direkt wieder zurückgerollt. Genau, halt. Ja, wunderbar. Aber läuft ganz gut, ne? Guck mal, mit einer Seite völlig klar ist, ich gehe nach oben. Für... fürs Jungs und Mädels. weil ich nicht so gut konnte. Also, äh wie ich. Und jetzt wird das Ding machen. Das stimmt! Ich weiß nicht, wie ich so gut понад. Jetzt können wir die Löcher zurück. Das stimmt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wir wollen die Dritte. ich bin hier schon wieder wenn ich mich vielleicht zurückfallen lassen muss und mich schon retten wo das Ding dreh ich durch das wird noch ein paar mal passieren lass mich zurückfallen, denk mir alles klar gehts entdeckung, steht der Ding da biep biep bumm, keine tot vorsicht, Sniper wo ist der? bitte, oben, hier oben, wo ist der? vorsicht dieser fucking Sniper alter, stirb man was hält der aus hier? dankeschön morgel boah, du kacke was kann der denn reinstecken instant komplett weg hammer gibt's gar nicht, ey das muss auch schneller gehen wenn du im Cover bist und du willst dann um die Ecke gehen mit der Markierung hat dann erst zu lange dauert da muss schneller gehen danke für die fahrgum fahrgum tida fahrgum smartkamera haben sie wohl angepasst das soll jetzt direkt da sein bevor ich das aktiviere muss ich erst ein bisschen brauchen aber soll direkt die mit dem da sein Und noch so ein, zwei Sachen, glaube ich. Das muss auch gemacht werden. Stehst schon einen Meter neben der Tür und willst schießen und dann schießen trotzdem noch eine Tür ab. Auch sehr geil. Da ist die Sniper von uns. Na komm, lass es schnell nähen. In your face, man. In your face, man. Ich hatte mein Feuer. Ich hatte jetzt einen Bundeslationsschweb durch. Ich hatte nicht mehr Zeit. War ich schon vorhin. Dann war ich hier. Ich bin sonst nicht mehr in die Tür auf uns. Neh! Dein wird nicht mehr in die Tür zu Hause und dann bin ich überlegen. Ich hab jetzt mal ein bisschen statisch Spaß für euch Ja, ich bin so schnappig Diezze, diezze Nein, ich hab noch nicht mehr Schau mal, links ist auch noch einer, dann geht mir ein paar Tiefen Ah, Schlampe! Ach, Schlampe! Ich kenne die Sniper ab, oh, verdammte Scheiße! Ach, Schlampe! Ach, Kacke, ey! Ach, Schlampe! Ach, Schlampe! Ach, Schlampe! Ach, Schlampe, ey! Ach, Schlampe! 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 Oh, da oben ist der Eider, der hat mich getroffen, da hab ich ihn gesehen. Alter, da hängt die Ratte. Ich crouch schon mal zu euch. Bleibt doch klar, vorsichtig, vorsichtig. Danke. Oh mein Freund, das ist richtig sau, ey. Ach, dieser fucking Sniper hab ich schon wieder vergessen. Der ist hammerladen in dem Jackchen, ne? Nee, den kriegst kaum raus, da. Abgehen doch, so'n Schöse drauf. Vanaden. Aber lass doch mal schön stehen. Ach, schon wieder keine Sniper. Mann, Alter. Ich muss wieder verraschen, das Arschloch. Ach, Mann. Hau. Das ist ja, der liegt hier nicht besser, denn ich muss nicht mal, ey. Also hier die Ecke war scheiße, ich bin schon geschorben Da hinten laufen noch zwei Das sind glaube ich die, wo wir dann vorbei noch was finden Der Granatenfrigger, geh mal auf da her Vorsicht, beide Sniper sind auf diesem Zugwaggon da Die eine habe ich schon die ganze Richtung weg Oh scheiße, tatsächlich Alter, komm wieder her Und jetzt? Ja, laufen, kannst du machen Vergiss die Sniper nicht Wenn einer nur so weit läuft, dass er Als eines da irgendeine Ecke hängt, um zu überleben Dass wir mit all der vielen Notfall zwischen Mord können Die Drecksäcke, Alter Der Dürfte aber, da kommt auch noch ein Kipp, der Typ, ey Komm, 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 komm Noch ein Schritt, ich werde schon noch ein Schritt in die Kasse, komm Schade Da muss ich mal hingehen können Ah, diese scheiße Scheiß Sniper ist doch echt das Die Krise noch mit denen Ach so, nein, alter Der Sniper Ja Ja, den einen habe ich erwischt, der Sniper auch nicht von da hinten weg, Jungen Ja, ja, das war bei mir genauso Den einen habe ich fast gehabt, der andere schießt mich weg Die machen irgendwann besser, wie wir Verdammt Die cheat mich schnell, ey Die können nicht schießen Ja, ja, garantiert, ey Jetzt haben sie sich aufgeteilt, diese Säcke Siehst das? Und jeden Und jeden Und jemals den anderen erwischst du nicht Wenn du dich hinstellst, dann hat sich eine andere weg dem Visier Die machen dann schon gut Ja, weil immer einer zielt Hab da Brandkanaden irgendwie? Ich hab leider keine mehr, weil damit kriegst du so Schönen an den Zettel Dann schäden sie erstmal noch und hauen sich auf den Frack Bup Keine Schatten, was braucht noch mehr hin Dann fähren wir gleich verdicken Ich blase nach Ich blase nach Cool Boah, verdammt, sie trifft mich doch Ich mach den fertig, ey Ich mach den fertig, ey Ja, sie sind einfach noch zu OP Das ist aber mit dem Abwehr doch nicht vorbei Time to be killed Aber Sniper muss stark sein Sonst ist es kein Sniper, weißt du? Ja, ich kann eigentlich auch, aber das muss nicht übertrieben sein Der hat ja auch 500m genau so treffen wie aus 20 Nein, das dürfte nicht sein Und das ist ja in dem Spiel der Fall Ich sag mal nur Lincoln Tunnel, ne Der schießt sich da oben auf der Errüstung weg und du kommst nicht dran an dem Vogel Ich hab mich da damals veraufgekriegen, Alter Alle Feinde entdeckt Aber dann mit der Zeit hast du die richtigen Mods hinter der Sniper und wenn der so kommt, dann triffst du den ebenfalls von da oben, ne Was finde ich dann wieder aus, dass ich eine gerechtige Mods hinter dem Vogel Was finde ich dann wieder aus, dass ich eine gerechtige Mods hinter dem Vogel Boah Alter, das sind Heilige, die jetzt kommt, ne Ja Und schon wieder Dreck-Sniper, Alter Man, ich fick'n Vogel Oh Können die nichts riskieren, ey Einer von uns muss überleben Oh, du Schande, er hat mich schon wieder Ich bin doch schon tot Moment, ich komm mal rüber Wenn du den kriegst Soweit wie es geht Dieser fucking Sniper, ey, ohne Witz, ey Wo ist dieses Dreckshaus hier, wo du rein kannst, bitte Ich brauch'n Wumpeln, ganz dringend War hier nicht rum oder Wumpelskiste Ach man, das geht mir